In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Urlaubsplan in Excel erstellen kannst. Zunächst einmal benötigen wir ein fortlaufendes Datum und im ersten Schritt zeige ich dir eine Lösung für Excel 2019 und ältere Excel-Versionen. Wir geben hier den 01.01. des laufenden Jahres ein, dann gehen wir auf Start und im Bereich Bearbeiten klicken wir auf das Feld Ausfüllen und hier wählen wir die Datenreihe aus. Bei Reihe in wählen wir die Zeilen aus, bei Typ das Datum, bei Zeiteinheit 1, bei Inkrement die 1 und als Endwert geben wir den 31.12. des entsprechenden Jahres ein und schon erhalten wir ein fortlaufendes Datum, das sich bis zum Ende des Jahres zieht. Das hat hier natürlich den Nachteil, dass wenn ich jetzt das Ganze für ein neues Jahr eingeben muss, dann muss ich das entsprechend über die Datenreihe wiederholen, beispielsweise für das Jahr 2024. Bei Excel-Versionen, die neuer sind, also Excel 2021 und Excel 365, da können wir eine andere Funktion nutzen und zwar die Sequenz-Funktion. Ich lösche das Ganze hier nochmal und dann gebe ich ein Gleich, Sequenz, dann springen wir in den Bereich für die Spalten und hier gebe ich 366 vor. Das steht für 366 Tage und damit sind auch Schaltjahre mit berücksichtigt. Dann müssen wir vorgeben, wo wir starten wollen und da beginne ich mit der Datumsfunktion und hier muss ich mir nun ein Datum formen. Zunächst einmal verweise ich auf das Jahr hier oben. Beim Monat gebe ich die 1 ein, steht für Januar und bei Tag gebe ich den 1 ein und damit formen wir uns also ein Datum auf den 1.1.2023. Nun können wir die Formel schließen und wir erhalten dann automatisch ein fortlaufendes Datum und das Ganze geht hier natürlich bis zum 1.1.2024, da ich ja hier 366 Tage genommen habe, damit Schaltjahre berücksichtigt werden. Das Ganze ist nun auch dynamisch, das heißt, wenn ich hier ein neues Jahr eingebe, dann ändern sich die Felder hier automatisch. Dann passen wir die Ausrichtung an und hier markiere ich nochmal alle Datumsangaben mit STRG, SHIFT und Pfeil nach rechts. Dann gehen wir auf Start und im Bereich der Ausrichtung klicken wir auf dieses Feld und wählen Text nach oben drehen aus. Dann markieren wir nochmal das Ganze mit STRG, SHIFT und Pfeil nach rechts und ändern die Datumsangabe in Datum lang. Wir passen nochmal die Breite an. Nun klicken wir hier oben auf dieses Dreieck, damit alle Zeilen markiert werden und dann zweimal mit der linken Maustaste einmal auf diesen Strich, damit die Zellen hier nochmal zusammengezogen werden. So sieht das Ganze nun aus. Nun markiere ich nochmal die Datumsangaben und dann klicken wir mit der rechten Maustaste darauf und gehen auf Zellen formatieren. Dann auf Benutzer definiert. Und hier wählen wir das Format aus, was sich darüber befindet und das passen wir nun an. Zunächst einmal brauche ich dieses Jahr nicht. Und daher kann ich hier die vier J's entfernen. Dann entferne ich ein M, damit mir der Monat hier abgekürzt dargestellt wird. Und bei Sonntag entferne ich ebenfalls ein T, damit der Wochentag auch abgekürzt dargestellt wird. So sieht das Ganze nun aus. Und schon haben wir hier ein dynamisches Datum und können das Ganze auch wunderbar für Folgejahre benutzen. Dann möchte ich noch Rahmenlinien einfügen und dafür gehe ich hier auf den ersten Namen, drücke STRG A. Damit alles hier markiert wird. Dann gehen wir auf Start und unter Schriftart wählen wir alle Rahmenlinien aus. Und schon habe ich hier die entsprechenden Rahmenlinien, die mir auch dann angezeigt werden, wenn wir das Ganze drucken wollen. Die Datumsangaben mache ich mir noch hier in Fettschrift. Und so sieht das Ganze nun aus. Nun machen wir weiter mit der bedingten Formatierung. Ich könnte natürlich den Urlaub mir hier händisch einfach markieren, ist aber meines Erachtens etwas mühselig. Das geht auch eleganter. Zunächst einmal möchte ich die Datumsangaben hier gruppieren. Auch diese markiere ich nochmal. Dann gehen wir auf Daten und klicken auf die Gruppierung. Bei Gruppieren wählen wir hier Spalten aus. So, dann erscheint hier oben eine Linie. Und wenn ich nun die Shift-Taste gedrückt halte und mit der Maus nach unten scrolle, dann können wir diese Datumsangaben einfach zuklappen. Und wenn wir das Ganze wieder aufklappen wollen, dann drücken wir hier auf das Plus und schon werden mir die Datumsangaben wieder angezeigt. Ich möchte nun hier Felder einfügen, um die entsprechenden Urlaubszeiträume des jeweiligen Mitarbeiters hier einzutragen. Dann gebe ich hier ein Von, Bis und hier gebe ich noch Urlaub ein. So, das Ganze füge ich erstmal viermal ein. Wenn man natürlich mehr Zeiträume als vier eingeben möchte, dann braucht man hier halt noch mehr solcher Felder. Und hier kann ich nun beispielsweise den ersten Urlaub erfassen, zum Beispiel so. Und ich möchte nun, dass diese Angaben hier genutzt werden, um diese Felder farblich zu markieren, die ich hier habe. Und dafür nutze ich die bedingte Formatierung. Zunächst einmal springen wir hier in das erste Feld, B5. Dann gehen wir auf Start, Bedingte Formatierung. Und hier wählen wir die neue Regel aus. Und dann klicken wir auf Formel. Und nun müssen wir eine Formel angeben, die entweder als Ergebnis wahr oder falsch ausgibt. Nur dann kann das hier funktionieren. Denn wenn wahr rauskommt, dann wird mir eine bestimmte Formatierung angewandt, die ich hier vorgeben kann. Und ich möchte, dass dieses Feld dann grün erscheint, wenn der Mitarbeiter dort an diesem Tag Urlaub genommen hat. Und damit das Feld hier grün wird, gehe ich auf Formatieren. Und bei Ausfüllen wähle ich zum Beispiel diese Farbe aus. Und nun muss ich eine Formel vorgeben, damit Excel weiß, wann das Feld grün werden soll. Und ich gebe hier ein gleich und dann prüfe ich, ob die Zelle B4, also hier der 1. Januar, größer, gleich der Zelle ND5 ist. Und als weitere Bedingung, die ebenfalls erfüllt werden muss, damit die Zelle grün ist, die Zelle B4 muss ebenfalls kleiner gleich der Zelle NE5 sein. Und nun muss ich noch bestimmte Angaben hier fixieren. Zum einen muss ich einmal die Zeile 4 fixieren, bei dieser Datumsangabe. Denn der Verweis soll ja hier nicht nach unten rutschen, sondern immer nur nach rechts. Das Ganze wiederhole ich auch hier. Dafür drücke ich die Taste F4. So soll das Ganze aussehen. Und bei den Datumsangaben, da muss ich die Spalte fixieren. Und zwar einmal ND, so sieht das Ganze dann aus, und einmal für NE. Damit ist meine bedingte Formatierung zunächst einmal fertig. Ich bestätige mit OK und es passiert hier erstmal nichts. Denn dafür gehen wir nochmal auf Bedingte Formatierung und dann auf Regeln verwalten. Hier wählen wir eventuell dieses Arbeitsblatt aus, damit das hier auch angezeigt wird. Da sehen wir unsere Formel und das funktioniert deshalb noch nicht, da die bedingte Formatierung momentan nur auf die Zelle B5 angewandt wird. Und nun müssen wir den Anwendungsbereich hier erweitern. Und dafür gebe ich hier einen Doppelpunkt ein und dann NC60. Dann können wir das Ganze hier auch nochmal fixieren. Und nun klicke ich auf Übernehmen und schon wird mir der Urlaub hier automatisch eingeblendet. Falls bei dir hier noch ein Problem aufgetreten ist, dann solltest du, nachdem du diesen Schritt hier gemacht hast, überprüfen, ob diese Formel hier nicht zerschossen wurde. Das passiert vor allem dann, wenn man variable Zellbezüge benutzt. So, wir können jetzt das Ganze nochmal überprüfen. Wenn ich jetzt hier einen neuen Zeitraum für Urlaub eingebe, beispielsweise den 05.01.2023 bis zum 05.01.2023, dann sehen wir, dass mir der entsprechende Zeitraum hier wunderbar grün markiert wird. Was jetzt noch nicht funktioniert, sind die übrigen Felder, denn dafür muss ich jeweils eine eigene bedingte Formatierung erstellen. Und das Ganze können wir ganz einfach tun, indem wir auf bedingte Formatierung gehen, Regeln verwalten, dieses Arbeitsblatt und wir können nun diese bedingte Formatierung duplizieren. Dann gehen wir auf Bearbeiten und passen einfach hier die Spaltenangaben an. Hier müsste zum Beispiel dann die Spalte NF sein und dann noch die Spalte NG. Übernehmen und schon funktioniert die bedingte Formatierung auch für diese Spalte hier. Und das Ganze wiederholen wir nun auch für die übrigen Felder. Und so sollte das Ganze nun aussehen. In meinem Beispiel, ich habe auf Übernehmen geklickt und hier habe ich nochmal einen weiteren Urlaubszeitraum für den zweiten Mitarbeiter erfasst. Und wenn wir nach links scrollen, können wir überprüfen, ob das Ganze funktioniert und es scheint hier wunderbar zu funktionieren. Dann können wir noch ein paar Fixierungen vornehmen. Ich klicke hier in die Zelle B5, gehe auf die Ansicht und fixiere hier einmal das Fenster. Das hat den Vorteil, dass wenn wir nach unten scrollen oder nach rechts, dass mir die Datumsfelder und die Namen trotzdem noch entsprechend angezeigt werden. Nun möchte ich noch einige Anpassungen für den Druck vornehmen. Und dafür gehen wir zunächst einmal auf die Umbruchvorschau. Dann klappe ich hier nochmal meine Datumsfelder zu. Und dann ziehe ich hier die Linie einmal nach links. So, jetzt kann ich das Ganze wieder aufklappen. So sollte das Ganze nun aussehen. Und dann gehen wir wieder zurück in die normale Ansicht. Das heißt, das hat nun den Vorteil, dass mir diese Angaben nicht mehr mit ausgedruckt werden, sondern nur diese Felder hier. Dann gehen wir noch auf Seitenlayout und hier passen wir die Breite einmal an. Ich wähle hier das Ganze für fünf Seiten. Das heißt, diese Datumsangaben werden mir hier auf fünf Seiten gestreckt, wenn ich das Ganze ausdrucke. Bei Höhe wähle ich eine Seite aus. Dann möchte ich noch, dass mir auf jeder Seite diese Namen hier angezeigt werden. Und dafür gehen wir in die Drucktitel. Und bei Wiederholungsspalten links markieren wir die Spalte A. So sollte das Ganze aussehen. Okay. Dann passen wir noch die Ausrichtung an. Und zwar möchte ich hier das Querformat haben. Die Seitenrände ändere ich auf schmal. Und bei Format ändere ich das Ganze auf A3. Weil es bietet sich nämlich an, diesen Urlaubsplan auf A3 auszudrucken, da er doch relativ groß ist. Und wenn wir nun auf Datei gehen und dann auf Drucken, dann erhalten wir hier eine Vorschau, wie das Ganze dann aussieht. Ich habe hier die Seite 1. Mir werden zwar jetzt in der Vorschau einige Linien hier nicht angezeigt, aber das Ganze wird dann entsprechend gedruckt. Und die einzelnen Datumsangaben habe ich hier ausgeblendet. Und schon haben wir mit relativ einfachen Mitteln einen wunderschönen Urlaubsplan erstellt. Ich drucke das Ganze nochmal testweise als PDF aus. Und so sollte das Ganze nun aussehen, wenn wir diesen Urlaubsplan einmal gedruckt haben. Das ist hier die Seite 1. Dann kommt die Seite 2. Die Seite 3. Hier können wir auch wunderbar den Sommerurlaub erkennen. Seite 4 und Seite 5. Ja, das war es soweit von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Abonniere diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.